Moin, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um Bündnis 90 Die Grünen und was sie gegen den Klimawandel tun werden. Die Grünen wollen bis 2035 auf 100% erneuerbare Energien setzen. Dazu können unsere Dächer als Kraftwerke fungieren. Deshalb soll es bis 2025 1,5 Millionen neue Solaranlagen geben. Alles natürlich gefördert. Photovoltaik will man vom Dach auch auf die Fläche bringen und an den Gewinnen die Kommunen beteiligen. Da auf dem Land ein bisschen mehr Fläche ist, könnte sich das als gute Einnahmequelle für Landkommunen herausstellen. Weiter mit dem Thema Gas. Die Grünen sagen da, wir müssen da raus, weil auch Gas klimaschädlich ist. Und wenn ein Gaskraftwerk oder eine Gaspipeline wie Nord Stream 2 unbedingt sein muss, dann soll die bitte auch auf Wasserstoff ausgelegt sein. Trotzdem sollte man so schnell wie möglich solche Sachen abstellen und dazu zählen auch Kohlekraftwerke. Die Grünen wollen schon 2030 aus der Kohle raus. Ganze 8 Jahre früher als die Bundesregierung. Man setzt sogar einen drauf und will bis 2030 70% weniger Treibhausgase ausstoßen. Zum Vergleich, im aktuellen Klimaschutzgesetz sind 65% verankert. Dazu will man auch noch umweltschädliche Subventionen abbauen. Die Grünen wollen auch auf einen CO2 Preis setzen, der aber mit 60 Euro pro Tonne deutlich höher ausfällt als bisher geplant. Zum Vergleich, aktuell sind 25 Euro pro Tonne geplant. Die Grünen haben sich auch auf die Fahne geschrieben, einen möglichst gerechten Klimaschutz zu betreiben und deshalb sollen die Einnahmen eben aus diesem CO2 Preis als Energiegeld pro Kopf zurückgegeben werden. So profitieren auch die CO2 Sparer. Was aber mit den Pendlern los ist, schauen wir uns gleich an. Jetzt erstmal zum Gebäudesektor. Hier lautet das Schlagwort Klimasanierungsoffensive. Dazu sollen höhere Standards implementiert werden und die Gebäude in öffentlicher Hand sollen mit gutem Beispiel vorangehen. Was noch den Gebäudesektor betrifft, man will bis 2025 2 Millionen Wärmepumpen haben. Bei den Modernisierungen ist es natürlich immer so eine Sache. Wer soll es bezahlen? Und da geben die Grünen die Antwort, dass die Kosten fair zwischen Vermieter, Mieter und Staat gedrittet werden. Damit man nicht alles auf den Mieter abwälzen kann, soll die Modernisierungsumlage begrenzt werden. Jetzt muss ich irgendwie die Kurve zur Mobilität kriegen. Versuchen wir es am besten mit dem Verbrenner, denn ab 2030 sollen keine Verbrenner mehr zugelassen werden. Dafür sollen aber schon 15 Millionen E-Autos auf den Straßen unterwegs sein. Den Pendlern wird mit einem Klimafonds unter die Arme gegriffen. Und man will außerdem den Bau von Autobahnen und Fernstraßen reduzieren. Kommen wir zum Thema Tempolimit. Das befürworten die Grünen und das soll bei 130 kmh angesiedelt sein. Es soll außerdem klare Sanktionen für zu schnelles Fahren und Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Innenstädten gelten. Apropos Innenstädte. Die Innenstädte sollen verkehrsberuhigt oder sogar autofrei sein. Stattdessen will man Radwege ausbauen und sichere Abstellanlagen und Fahrradverleihsysteme an Bahnhöfen und wichtigen Haltestellen bauen. Vor einigen Wochen wurde ja diskutiert, ob man Kurzstreckenflüge verbieten sollte. Ein Verbot ist jetzt erstmal vom Tisch, aber man möchte bis 2030 durch alternativen Kurzstreckenflüge überflüssig machen. Die Grünen fordern außerdem eine Kerosinsteuer und Nachtflugverbote. Zudem will man genauso wie in der Industrie klimaschädliche Subventionen abbauen. Und last but not least soll auch bei den Grünen der Güterverkehr von der Straße wieder auf die Trasse gelangen. Außerdem soll der D-Takt priorisiert werden. Das war das Wahlprogramm der Grünen zum Thema Klimaschutz, Mobilität und Energie. Wenn dir das ganze gefallen hat, dann lasst dem Video doch einen Daumen nach oben und dem Kanal ein Abo da. Nächste Woche Samstag kommt ein neues Video. Bis dahin. Und unten lässt sich das Gesetz gefangen. Beide ich das が Rotichung auf. Vor��. nicht, GUYS ist bevor gesagt.